Moin Moin, ihr geilen Schnittchen. Fröhliche Weihnachten. Heute am 24.12.2016. Wuhu! Ne, noch nicht ganz. 2017 ist bald und dazu schon mal auch, ich wünsche euch natürlich auch einen guten Rutsch, denn das ist das letzte Video, was ich quasi noch vor unserer Winterpause aufnehme. Wir haben quasi jetzt den 23.12. Morgen ist, wie gesagt, Weihnachten und ich habe diesmal was Wunderschönes für euch. Das ist echt eine krasse Sache, ein richtig, richtig dickes, fettes Paket von der Gamescom. Wir haben da quasi den Merchstand von diesem Jahr geplündert und alles einmal reingeschmissen und das bekommt ihr. Und das stelle ich euch jetzt vor. Blöcke. Gamescom Blöcke zum Schreiben. Das ist ja erstmal, also das ist halt alles einfach, alles von der Gamescom gebrandet. Noch mehr Blöcke. Ich hoffe, man hört mich. Einen noch größeren Block wäre an dem Moment. Das ist ein Kalender, kein Block. Ich erzähle Quatsch. Posterkalender 2017. Dann, was haben wir hier? Das sieht aus wie ne Mausunterlage. Ist zumindest weich. Kann man bitte sagen, das ist echt sowas wie ein Mauspad. Ansonsten könnt ihr auch überlegen, was ihr damit anfangen. Dann, ein Metal-Badge, ups, so richtig rum. Kann man an die Wand klappern, festmachen. Wenn ihr dann zu Gamescom kommt, ja, habe ich für euch auch direkt den passenden Stuhl dabei. Könnt ihr euch dann draufsetzen während der Warteschlang. Und, äh, ja, das ist ja zumindest eine ganz lustige Idee. Diesen Klappstuhl könnt ihr euch in eure Umhängetasche packen. Und, ähm, zusätzlich könnt ihr euch noch ne Cap aufsetzen. Come on, let's play. Könnt ihr auch noch aufsetzen, so. Nein, ich packe sie natürlich erst mal zur Seite. Dann könnt ihr die Umhängetasche, die kleinere, in eine noch größere Umhängetasche packen. Beziehungsweise könnt ihr da eure, ähm, ja, ich würde sagen, die Klamotten zur Anreise oder was auch immer. Wo auch immer ihr dann nächtigt, könnt ihr dann da reinpacken. Äh, eure Zettel, die ihr geschrieben habt, mit dem Block in dem Ordner abheften. Beziehungsweise, wenn ihr das auch noch unterteilen wollt, in diesem Ordner. Äh, wenn euch eine Kappe nicht lang, äh, zu langweilig ist, nehmt ihr doch einfach diese Kappe. Noch ne kleine Umhängetasche von der Gamescom. Dann haben wir noch unseren Tourenbeutel. Dann, das haben wir hier. Das sieht aus wie, auch eine Tragetasche. Ich glaube, es knistert ganz schön. Ich hoffe, man versteht mich parallel. Ähm, ja. Könnt ihr euch auch auf jeden Fall angucken. Ja, scheint wohl sowas zu sein. Was ich super cool finde, tatsächlich, ist eine Gaming-Math. Ähm, da hab ich, ich hab beispielsweise auch eine, ja, von einem anderen Hersteller. Ähm, die ist, ähm, ja, da steht halt meine Tastatur und Maus drauf. Und, äh, das ist quasi, das ersetzt sogar noch zu dem Mauspad. Das ist echt cool, das Ding. Wenn ihr noch Hunger habt, könnt ihr euch eure Butterbrotdose, äh, eure Butterbrote in die Butterbrotdose packen. Was haben wir hier? Hier haben wir, uh, wir haben ja etwas, was zum Auspacken. Das ist auch immer sehr interessant. Ich hab da noch vorher nicht reingeguckt, um mich auch selber nicht zu spoilern. Uh! Ein Glas! Das sieht schick aus. Weißt du, sieht man's? Kann man das erkennen? Ah, fokussier richtig, sehr schön. Ein Kölschglas! Oh, kann man mal machen, ne? Merry Christmas, Challenge You, äh, Ups, Kleber oder, äh, Postkarten oder sowas, ne? So kleine könnt ihr euch auch dann noch dann geben. Sticker! Direkt auch noch für euer Ticket. Ein Gamer-Badge. Könnt ihr euch um mein Hals hängen. Dann haben wir hier noch, ups, diverse, achso, noch Schreibhefte und noch mehr Sachen. Das ist, das ist auch das Geilste, was ich hier jetzt hab. Ähm, joa. So, wenn ihr zufällig, ähm, auf dem Gamescom-Camp seid, ja, und da duschen wollt, dann hab ich für euch auch mal direkt die Gamescom-Bade latschen. Keine voller Gamescom-Wertur. Aber, ähm, naja, ich sag mal so, äh, duschen alleine hilft halt nicht, wenn die Gamescom-Quietschehände nicht dabei ist. Äh, was ist das hier? Ja, oh, das sieht mir nach vielleicht einer Gamescom-Handy-Hunde aus. Einfach was reinpacken. Irgendwie so ein Wärmer. Ach, das sieht aus wie eine, das ist aus wie eine Schutzhülle. Ja, das ist eine Schutzhülle fürs Handy. Ups, so, fokussier richtig, sehr schön. Dann haben wir noch so ein Gamescom-Ach, das wird rausgekippt, das ist blöd, das ist grün. Gamescom-Armband, noch mehr Gamescom-Sticker, dann noch hier diverse Umhänge-Sachen und noch mehr Badges, Handyhüllen. Und, äh, was ich auch sehr, sehr cool finde, ist, die will ich jetzt nicht unbedingt auspacken, weil die ist gerade so schön geschützt, ich möchte nicht, dass sie kaputt geht, aber ich, 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 ich gehe mal ganz nah dran. Da kann man es so halbwegs erkennen, das ist eine Pizza, äh, eine Pizza, ich zeige schon, Pizza, eine Gamescom-Tasse. Auch sehr, sehr cool, auf jeden Fall, da ist super, super viele Sachen da drin. Und jetzt, ähm, dann würde ich halt sagen, der, ähm, emotionale Hauptgewinn, das sind zwei Wildcard-Tickets für die Gamescom 2017. Da, und da, ich will sie nicht genau reinzeigen, da ist ein Wildcard-Code drauf, den könnt ihr dann einlösen, und dann könnt ihr am 22.8., das ist der neue Gamescom-Dienstag, denn die Gamescom ist nächstes Jahr dann nur von Dienstag bis Samstag, also vom 22.8. bis, was ist der Samstag, der 26. dann, wenn ich das richtig sehe, genau, der 26.8. dachte, das heißt, äh, da ist quasi für, eigentlich für, ähm, für die, äh, Zuschauerschaft, Gamerschaft noch gar nicht geöffnet am Dienstag. Da könnt ihr dann aber schon rein und, äh, euch die Gamescom angucken, was ich super, super geil finde. Ähm, und dann hab ich mir noch dazu was einfallen lassen, und zwar, äh, ich weiß natürlich nicht, ihr könnt natürlich, wenn ihr, wenn ihr eh schon in Köln ist, kann man sich natürlich auch noch andere Tage, äh, als Tickets da kaufen, ja, die kann man sich ja sonst wo überall holen. Ähm, aber wenn ihr wirklich nur am Dienstag da sein solltet, da haben wir das ja immer so, dass wir persönlich, ähm, nicht dann für Autogramme und Fotos bereit sind und so weiter. Ja, allerdings ist es, da würde ich sagen, da machen wir mal eine Ausnahme bei dem Gewinner oder der Gewinnerin. Die zwei Tickets, da kann ich natürlich dann Freund mitnehmen oder Freundin, ähm, und da würden wir dann, da hab ich einen, einen Zettel vorbereitet, den ich jetzt natürlich nicht in die Kamera halte, weil er ist original, ja, und den müsst ihr mitbringen, das ist quasi euer Gutschein. Und, äh, da stehen auch die Instruktionen drauf, wie wir das am Dienstag vereinbaren. Auf jeden Fall werden wir uns dann die Zeit nehmen für Autogramm und Foto, wie du magst, ähm, und, ähm, das finde ich, glaube ich, ganz cool. Und, äh, alternativ, wenn du natürlich, ähm, die anderen Tage auch da sein solltest, ja, dann kannst du auch gerne zu der offiziellen Autogrammstunde kommen und, äh, auch den Zettel zeigen, ja, dann musst du nicht extra in die Warteschlange, sondern, äh, kannst halt einfach nach vorne kommen. Und das ist halt auch, glaube ich, noch ganz cool vielleicht für dich. Ja, ich habe jetzt einen sehr, sehr großen Haufen mit einem sehr, sehr großen Paket. Das werde ich auf jeden Fall dann schicken. Ähm, was ihr genau machen müsst, seht ihr dann unten in der Videobeschreibung. Du müsst ihr wieder auf peatsmeet.de gehen, da ist ein Link verlinkt. Und da hat der Mikkel euch genau, ähm, Aufgaben gestellt, um damit teilzunehmen und zu gewinnen. Und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Glück und noch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Haut rein, ihr geilen Schnitt.